Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Minecraft-Mod. Ja, ich bin Fabio und ich zeige euch heute den Feverboy-Mod. Ja, und die Installation werde ich auch noch zeigen. Und ja, dann fangen wir mal an. Dafür braucht ihr, um Herobrine zu erschaffen, sage ich jetzt mal, ja, braucht ihr einen Netherstein, ein Herobrine-Totem, ein Feuerzeug und zwei Goldblöcke. Und noch eine sichere Ausrüstung fürs Überleben, oder zum Überleben. So, ihr platziert die zwei Goldblöcke so übereinander. Dann kommt der Totem und dann der Netherstein. Ich mache den Kreativmodus an, damit ich hier keinen Schaden bekomme. Jetzt zündet es an. Und voila, er ist aktiviert. So, ähm, ja, äh, jetzt müssen wir mal ein paar Stellen suchen, oder ein paar gewisse... Also, ihr müsst das alles rückwärts lesen. Damit ihr das überhaupt erkennt. Und so, ich höre gleich auf zu fliegen und dann einmal... Jetzt höre ich mal auf. Ja, ich dachte da hinten, ich wüsste, weil Herobrine bleibt gerne in der Wüste. Und ihr könntet euch auch, ähm, den Wüste-Seed holen, der in YouTube wahrscheinlich auch gezeigt wird. Ja, und dann suche ich und suche ich, bis irgendwas kommt, äh... Ich dachte, das werden die Hühner, die jemanden angreifen. Leute. Da ist Zero Brian. Es kommen so Geräusche... Es kommen so Geräusche, die Angst machen. Also, wer... Wer sozusagen sehr schreckhaft ist, sollte gar nicht den Mod installieren, weil, ähm, ja, das... Ist schon ein bisschen crazy. Wie ihr seht, ich drehe mich auch die ganze Zeit um. Weil man hat schon ein bisschen Schiss. Da sehe ich gerade irgendwas Rotes da. Lava... Lava... Mhm, okay. Ähm... Ich bin am suchen und suchen. Und ich finde leider nichts. Ich bin nur... Dreck, Dreck, Dreck. Überall nur Dreck. Oh, der ist gerade gestorben. Äh... Leil. Äh... Immer noch am suchen. Immer noch. Und immer noch. Und immer noch. Und immer noch. Hey, meine Sachen sind weg. So habe ich erst jetzt gemerkt. Der Arsch hat mir die Sachen weggenommen. Oh, no, no. Oh, no. Komm her, Aubrey. Komm, 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 komm. Komm, du Scheiße. Komm, ich gebe denen deine Fresse. Komm, komm, trage dich. Komm, komm, komm. Komm, der ist wasserscholl. Alter, ist es ne Wüste? Jawoll! Leute, jetzt kann ich euch den Mo... auch die 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 hallo hallo vermisst du dich? hallo 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 rrrr verrückt doch! Hallo, bist du irgendwie geklappt? Bist auf Kopf gefallen? Sag mal, hast du noch 100 Tesseln im Schrank? Wird's bei uns? Ich hab nicht mehr zu lange Zeit. Was ist bald? Ich will nicht mit dir kuscheln. Nein! Und jetzt reicht's mir, ja? Also, wenn noch 100 Zeit geht's... Wann? Oh, hat er Angst bekommen? Schhhhh Hier wird bei mir hier. Also, wenn ich hier ein Glas darf... Soll ich mich jetzt kurz unterbrechen? Ja, sieht ihr das aus sich aus, ja? Wow! Wow! Hallo? Ron... Ron... Rons... Hauses... Kick... Hi Game Cheap... Hä? T... Slash... Ich gebe ein... Slash... Back... Hm? T... Back... Back... Ich kann nicht mehr zurück, aber ich habe die Hüste gefunden. Loll, ich krieg langsam richtig Schiss. Okay, die haben... Äh, hallo? Was ist denn hier los? Äh... Seht ihr das, was ich auch sehe? Also, ich geh mal jetzt in diesen Haus rein. Ich habe hier eh Kreative Mode an. Also, ich hoffe nicht, wenn ich jetzt drüber gehe hier, dass irgendwie etwas explodiert. Juhu... Ja, sowas kennt man. Hero Brine, da musst du dir schon etwas Mühe geben. Ja, das war jetzt eine schwache Leistung. Möchte ich mal sagen. Juhu... Hero Brine hat gerade gezeigt, wie man ihn beschwert. Also, wie man auch... Wie man ihn auch noch beschwert hat. Hier sieht man es. Ich geh mal in diesen kleinen Haus rein. Mal gucken, was da ist. Und in dieses... Kleine Haus. Da hinten sieht man noch was aus Wolle, denke ich mal. Oder? Ist es Wolle? Sieht so aus. Ja, es ist aus Wolle. Da sieht man noch ein H für Hero Brine. Also, dieser Mod ist schon crazy. Das sind alles Fallen, was er hier platziert. Also, diese Häuser und sowas. Das sind alles Fallen. Ich schlaufe da jetzt mal rein, weil ich einfach Bock darauf hab. Seht ihr's? Hier ist Lava. Habt ihr's gesehen? Also, Hero Brine baut schön ganz gute Sachen aus. Redstone. Also, Leute. Das ist echt crazy. Also, das hat er richtig gut gebaut. Ja, ähm... Dann sieht man noch eine Beschwerung hier. Und wieder so ein... Notch? Habt ihr das grad gesehen? Ist doch unglaublich gewesen. Habt ihr's gesehen? Ey, ich würd's mir unbedingt nochmal angucken, wenn ich mir nochmal das Video angucke. Ist doch unglaublich. Hey, war das Notch? Also, okay, Leute. Wir sehen uns jetzt gleich wieder bei der Installation. Bis gleich. So, Leute. Hallo und herzlich willkommen bei der Installation. Ja, ich hol noch meine restlichen Ordner und sowas. So, und dann zeig ich euch, wie man den Mod installiert. Also, ich denke jetzt nicht, ich hab jetzt Modloader oder so vergessen. Nein, ich werd es nicht zeigen. Ihr könnt das selber machen. Es ist ganz easy. Ihr müsst einfach nur Modloader, alle Dateien reinziehen. Schließen. Audio Mod ist genau das gleiche. Und dann wieder schließen. So. Beim Hero Brine ist es etwas schwerer. Da hab ich auch ein bisschen lange gebraucht. Muss ich gucken, wie ich das machen soll. Aber jetzt kommen wir zum Mod. Ja. So. Wo steht Into Minecraft? Also, ihr macht erstmal Into Minecraft, weil ihr als erstes hier schon seid. Jetzt mal draufklicken. Und dann Resources und Hero Brine hier reinziehen. Und dann seid ihr hiermit schon mal fertig. Könnt ihr zurückgehen. Into Minecraft Jar. Geht ihr in den Bin-Ordner und dann auf Minecraft Jar. Dann markiert ihr alles. Also, alles markieren. Hier. Alles was hier ist. Reinziehen. Und dann seid ihr fertig. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Mod und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich lasse, bis zum nächsten Mal. Das war die Frage von euch, bis zum nächsten Mal. Alles, bis zum nächsten Mal. Macht's. Ich lasse, bis zum nächsten Mal. Danke alles. Macht's. Alles, das ist ein Ja, bis zum nächsten Mal. Alles, das ist nicht so.